Spiele, Satz und Sieg und somit die große Medaille für die Dame der Grünen. Nina Bechert und Nikolai Holzer gewinnen dieses Spiel um Platz 3 und holen sich somit die große Medaille hier bei den Schweizer Meisterschaften 2015. Der Applaus aber auch für die Damen in Gelb, Leslie Betzer, Saskia Segers, tolles Turnier gespielt und jetzt gibt es einen riesen Applaus für die beiden Damen in Lüben. Nina Bechert, Vicky Eiholzer, große Medaille, Gratulation. Danke, Vicky Eiholzer. Danke, Vicky Eiholzer.